Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subway Surfers. Meine Damen und Herren, in der letzten Folge habe ich einen grandiosen Rekord aufgestellt. Neuer Highscore, 9.470. Die meisten von euch lachen jetzt wahrscheinlich. Okay, ja, ich muss zugeben, der war echt nicht gut. Ey, was habt ihr alle für Rekorde? Manche Leute haben über eine Million Punkte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das heute schaffe, aber ich will einen neuen persönlichen Rekord aufstellen. Äh, dazu habe ich geswitcht. Ich bin jetzt hier gerade am iPad, deswegen muss ich hier nochmal, glaube ich, von vorne anfangen. Gib dein Eier, ich bin über 65 Jahre. Okay, Tippe zum Spiel. Ja, ja, warte, jetzt, jetzt geht's. Easy going. Achso, jetzt wird mir nochmal alles erklärt. Ja, aber hier kann ich auch schon meinen neuen Rekord aufstellen. Zack, Alter. Übrigens, vielen, vielen Dank für eure ganzen Tipps. Ich weiß jetzt, weißt du, der Pogo-Stick schießt mich nach oben, die, ja genau, das Hoverboard und so weiter. Damit kann ich dann Sachen zerstören, beziehungsweise gehe nicht sofort Game Over. Ich, ich, ich glaube, ich schaffe das. 9500 Punkte muss ich knacken. Und vor allen Dingen, was ihr mir auch gesagt habt, je mehr Multiplikatoren ich rausballer, umso besser. Oh, guckt euch das an. Guck, ist gar nicht so schlecht. Ich weiß auch nicht, ob es auf dem iPad, beziehungsweise Tablet besser oder schlechter ist. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall, kann ich direkt noch einen spawnen? Ja, ja, das ist einfach sicherer. Zack, und hoch damit. Oh ja, Alter, das könne direkt was Geiles werden. Wirklich, vielen, vielen Dank für eure ganzen Tipps. Schreibt gerne weitere in die Kommentare. Genau, hier hätte ich jetzt richtig schön hoch springen können, wenn ich diesen Dingens gehabt hätte. Diese Boots. Oh ja, oh ja, oh. Ah, das ist awesome, hätte ich sonst hier ganz gut fertig machen können. Ich brauche den Multiplier. Ja, toll, jetzt ist mein Hoverboard weg. Ich hole mir ein neues. Zack. Ist einfach wichtig und richtig, falls ich einen Fehler mache. Ich muss ja zugeben, dass ich vielleicht doch auch auf Toilette, also meine neue große Leidenschaft ist dann doch, auf Toilette ein bisschen daddeln. Da habe ich immer, oh Gott, so viel Zeit. Da hatte ich auch ein bisschen Clash of Clans gespielt. Nein, nein, nein. Okay, okay, das war gut. Ich hole mir noch ein Hoverboard. Hoverboard, Hoverboard. Nein. Okay, neuer 2500. Gut, ja, warte, 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 warte. Annehmen, oh ja, oh, gib her. Oh ja, geil. Fünf Hoverboards, Vorsprung, Punktezahl. Guck mal, den Punktezahlbooster, Alter, den baller ich gleich mal raus. Ah, guck mal, yay, guck mal, jetzt habe ich doch bessere Multiplikatoren. Was bringt das, wenn ich das jetzt abschließe? Ah, dann habe ich noch einen Stern und habe noch bessere Multiplikatoren. Okay, springe 15 Mal, nimm zwei Pogo-Sticks, 100 Münzen in einem Lauf. Okay, die, die gönne ich mir jetzt. Das gönne ich mir. Auszeichnung einsammeln. Bam, Junge. Bronze Auszeichnung. Ja, 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 weil ich brauche einen fetteren Multiplikator. Also genau, ich muss viel springen. Oh ja, Pogo-Stick ist schon mal geil. Zack. Oh ja, oh ja, doppelter Multiplikator. Schön springen, schön die Münzen einsammeln. Alles wichtig und richtig. So, das S gönnen wir uns noch einmal. Zack. Oh, wofür war noch mal der Blitz? Da habe ich jetzt leider gepennt. Okay, aber das ist doch, da ist der zweite Pogo-Stick. Sehr geil. Oh ja, da gönne ich mir direkt den hier. Ich kann auch da oben gegenlaufen. Okay, das wusste ich nicht. Neuer Highscore. Alter, als ich eure Kommentare gesehen habe mit irgendwie, ja, ich habe hier 5 Millionen, da dachte ich im ersten Moment, okay, das sind Leute, die lügen. Aber als dann super viele Leute so krass heißen, dann dachte ich, okay, man kann so einen Highscore scheinbar erreichen. So, Mission. Genau, die habe ich jetzt erreicht. Bam. Genau, das mit dem Springen muss ich jetzt nochmal machen. Aber das schaffe ich ja. Zack, go, Booty. Ja, dieser Multiplikation. Damit warte ich aber nochmal diesen, oh, Punkteverbesserer. Genau, ich muss jetzt hier einfach, einfach viel springen. Oh ja, das, oh, gleich haben wir awesome. Das nochmal Monsieur Pogo. Whoop. Oh ja. Und let's go. Oh, die habe ich gut eingesammelt. Wann sehe ich, wann ich hier wieder runter? Ah ja. Okay, ich muss ja nur, ey, 9500 muss ich doch schaffen. Die E lacht wahrscheinlich schon wieder alle da zu Hause. Oh, vielleicht soll ich hier mal wieder anfangen. Ja, ich zünde mal ein Hoverboard. Zack. Oh, das M. Sehr gut. Dann fehlt nur noch das E. Ja, ich weiß. Ich weiß, wie man das buchstabiert. Ah ja, hier, kleiner Blitz hier. Bumm. Ich weiß immer noch nicht, was der bringt. Ey Leute, weitere Tipps und Tricks. Schreibt die gerne mal bitte in die Kommentare. Da bin ich wirklich immer sehr dankbar für. Drunter durch. Drunter durch. Uh. Unten. Das wird schon wieder alles viel zu schnell für Paletto. Ich brauche ein Hoverboard. Alles gut. Ich bin auf einem guten Kurs. Was ist das? Eine Magic Box. Oh ja, komm, komm. Gib mir die Points. Gib mir die geilen Points. Zack. Oh, Alter. Das war eng. Aber mein Hoverboard ist jetzt gleich weg. Kann ich schon mal ein neues zünden? Blitz. Nimm das Hoverboard. Nimm das Hoverboard. Hallo. Nimm noch eins. Jawohl. Okay, jetzt geht es hier direkt nach oben. Aber das finde ich gut. Das finde ich gut, weil das gibt die dicken Points. Uh. Oh ja. Oh ja. Das ist eine ganz leckere Nummer. Ich bin auf Rekord. Rekordjagd. Ja, sehr gut. Uh. Einen verloren. Nein. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Das sieht gut aus. Oh, Alter. Uff. Uff. Das war jetzt aber auch ein bisschen gemein hier. Nein. Ich habe mir den Kopf geschossen. Bitte. Bitte gib mir noch mal. Gib mir noch mal eins. Ja. Ja. Okay. 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 Und hoch. Ich bin kurz davor. Ich bin kurz davor. Bitte, Spiel. Jetzt klau mir nicht. Gönn rein. Zweifach. Runder. Ja, ja, ja. Das sieht sehr gut aus. Und hoch. Ja, ich müsste jetzt wahrscheinlich da oben sein. Ich brauche noch mal so ein Hoverboard. Oh. Nein. Ja. 12.000. Let's go. Das hat sich wahrscheinlich in diesem Spiel noch nie jemand so sehr über 12.000 Punkte gefreut. Das war einfach zu intens, Leute. So, das habe ich jetzt aber hier geschafft. Oh, jetzt hier. Okay. Einmal Punktzahlbooster. Das verhält ich ganz gerne. Das mache ich ohne Witz. Gleich am Anfang. Rolle 15 Mal. Erziele 10.000 Punkte. Gib 500. Okay, 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 okay. Das schaffe ich doch. Shop. Ja. Ja. Gib mal her. Ja, wunderbar. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Oh, warte. Ich muss jetzt wieder so ein bisschen mehr hier. Das ist schon mal nett. Genau. Gib mal her hier. Oh, ich hätte am Anfang wahrscheinlich diesen Punktebooster mal auswählen sollen. Das ist blöd. Aber den kann ich dann nicht nochmal wählen. Das ist natürlich blöd. Oh ja. Oh ja. Hier schön rollen. Aber kann ich jetzt noch... Guck mal. Ich rolle jetzt einfach die ganze Zeit. Zählt das? Oder muss ich wirklich irgendwo rüber rollen? Also drunter durch. Weil ich meine, ich rolle jetzt ja. Das zählt viel. Doch. Als ob. Irgendwas mit Surferagent. Da. Äh. Als ob. Das klappt tatsächlich. Ich bin so ein Dummkopf. Okay. Aber egal. Ich habe jetzt ja hier die Mission abgeschlossen. Und das Wichtige ist auch, dass ich jetzt gleich... Ja. Lauf, Lauf. Mission. Okay. Ich muss nur 10.000 Punkte. Und dieses gibt 500 Münzen aus. Im Shop oder was? Hier. Dann hole ich mir so eine Geheimkiste. Zack. Da kriege ich nochmal so Hoverboards. Markenkiste. Sehr gut. Sprühdosen. Tägliches Geschenk. Nehme ich auch. Schlüssel. Ich weiß nicht, wofür der Schlüssel da ist. Aber. Da habe ich jetzt auch. Ich brauche nur diese 10.000 Punkte nochmal. Deswegen. Genau. Lauf. Dann nehme ich jetzt. Jetzt habe ich diesen Multiplikator, glaube ich. Boah. Ich habe jetzt zwei Multiplikatoren verwendet. Das darf ich jetzt auf gar keinen Fall versauen. Weil ich glaube, ich habe jetzt echt einen richtig krassen Multiplikator gerade drin. Ich habe jetzt schon 2.000 Punkte? Junge, wie geht das? Genau. Jetzt habe ich auch hier. Da sauge ich die alle schön ein. Alles easy. Oh ja. Ich habe jetzt schon 5.000 Punkte. Guck mal hier. Und jetzt ran da. Zack. Oh ja. Die gönne ich. Oh, Alter. Ich wäre hier beinahe runtergefallen. Ich brauche mein Hoverboard wieder. Gib mir mein Hoverboard. Ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Das könnte abgehen. Bam. Oh ja. Oh ja. Ich habe jetzt schon. Alter. Ich habe jetzt schon 9.000. Ich habe die 10.000. Ich habe die Aufgabe erfüllt. Das ist ja geil. Zack. Was diese Multiplikatoren ausmachen. Diese verrückte Mathematik. Boah. Ich habe jetzt schon 20.000 Punkte. Und spring. Jawohl. Cool. Jetzt haben wir den auch mal schön benutzt. Hopp. Oh ja. Schöner, saftiger Sprung. Oh, die Sprünge waren jetzt aber teilweise auch ein bisschen hoch. Ein bisschen lang. Okay, okay. Alles chillig. Oh, da war ein Blitz. Den hätte ich wahrscheinlich. Oh no. Oh no. Bitte, 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 bitte. Bitte gib mir ein Hoverboard. Oh, doppelt da nochmal. Oh, jetzt. Alter, ich habe schon 30.000 Punkte. Das ist gut. Also, für mich. Drunter durch. Oh, nochmal. Oh ja. Alter, jetzt habe ich doch einen richtig krassen Multiplikator. Oh Gott. Da bin ich gechokt. Ich brauche, bitte gib mir. Bitte gib mir. Nochmal hier irgendwie so einen Stern. Boah. Jetzt wird das Level aber auch echt ein bisschen. Ja, ja. Oh ja. Jetzt kommen die alle. Zack. Hoch. Pogo Stick. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Jetzt schön ganz entspannt. Hopp rüber. Oh, da wäre das Jetpack gewesen. Das hätte mich, glaube ich, nochmal richtig, richtig nach vorne geboostet. Ja, toll. Toll, 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 toll. Das wird jetzt mein Ende. Das wird mein Ende. Wenn ich das jetzt nicht schnell genug hier schaffe. Okay, nochmal den hier drunter durch. Oh Gott. Nein. Nein. Ich habe doch hier gerade. Es läuft doch gerade genau. Alter, ich habe 56.000 Punkte. Jetzt kommt hier wirklich hier der Blitz. Oh. Ich sage gar nicht mehr genug. Ja, ja. Gib mir die. Gib mir die. Oh. Hier wieder rüber. Sprung. Nein, 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 nein. Wir fliegen immer noch. Wir sind immer noch im Rennen, Leute. Ich habe zwar gefühlt 20.000 von diesen Hoverboards benutzt, aber ich musste das auch. Ansonsten hätte ich das nicht geschafft. Oh, nochmal ein Multiplayer. Oh, nochmal wieder alles schön zerstört. Ich glaube, das ist mein letztes Board. Oh, das Jetpack. Sehr, sehr nice. Da oben gibt es nämlich wieder... Oh ja. Guck mal hier, Alter. Wie schnell du da die Dinger einsammelst. Das ist absolut verrückt. Gut, wenn man sie trifft natürlich. Ja, das war... Aber ich habe 84.000. Das hätte ich niemals gedacht. Das hätte ich wirklich niemals gedacht, dass ich in dieser Folge ansatzweise an so viele Punkte komme. Oh, ich laufe schon wieder. Ich glaube, ich habe keine mehr. Jetzt nochmal schön nach oben. Das finde ich gut. Das finde ich lecker. Ich bleibe jetzt einfach mal hier auf der Strecke. Ja, ja, ja. Bitte, ich möchte doch nur die... Nein, nein, was? Was? Nee, ich benötige... Achso, ich kann jetzt hier... Ich habe Hoverboards gekauft. Okay, das war aber... Das war Ehre vom Spiel. Weil die wissen wahrscheinlich, dass ich kurz vor den 100.000 stehe. Ich habe 100.000 als On! Das ist cool. Das ist wirklich... Also... Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh, oh. Das ist jetzt hier... Oh ja, oh ja. Guck mal hier, wie saftig wir uns die ganzen Points nochmal gönnen. Nein, nein. Spring! Hoverboard. Ja. Au! Bitte noch eins. Ich habe noch eins. Nochmal ein bisschen multiplizieren. Nochmal ein bisschen multiplizieren. Sehr nice. Nein, nein. Ich habe einmal ganz kurz angeguckt, ob die Aufnahme überhaupt noch läuft. Ich habe keine Hover... Boah, ist mehr... 129.000 Punkte! Ich weiß, für einige ist das nicht viel. Aber ich bin sehr stolz auf mich. Leute, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr super gerne ein Like da lassen. Tipps und Tricks in die Kommentare. Hier ist jetzt auch der Team Paluten Kanal. Weitere Videos. Schaut gerne vorbei. Wenn ihr jetzt Lust auf einen Podcast habt, gönnt euch die neueste Folge vom Kottbruder Podcast. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao! Ciao!